So, 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 YouTube, Palli, hallo und Hallöchen, willkommen zu Geotastic. Wir wollen heute mal ein bisschen was anderes machen. Wir haben ja die letzten Male immer 5er-Runden gehabt, die echt ermüdend waren. Und ich würde sagen, wir lassen alles, wie es ist, aber machen eine 3er-Runde draus. Und dann machen wir vielleicht 2 3er-Runden. Oder wenn wir merken, dass es noch zu viel ist, machen wir lieber vielleicht 2er-Runden draus. Das heißt, wir können jetzt maximal 18.000 Punkte kriegen. Mal gucken, ob wir die hinbekommen. Aber dann haben wir vielleicht auch weniger Druck und mehr Zeit, das ein bisschen genauer zu machen. Weil die Startpunkte sind doch schon schlimmer geworden. Und das wäre, glaube ich, gut, wenn man doch herausfindet, wo man ist. Also, starten wir mal rein und gucken, wo wir jetzt landen. Ja, genau, weil wenn wir so einen Startort haben, kann das schon echt überenden. Aber ich glaube, wir haben hier ein Gadamerika-Naxekyung-El-Sequenado. Okay. Mendoza. San Rafael. El Sosenado. De Mayo. El... So, wenn das... Son Senado. Okay. Also, De Mayo kenne ich jetzt in... In Argentinien oder sowas. Aber irgendwie... Cuio Mendoza. Ist das Spanien? Corridor San... Sieht so gepflegt europäisch aus, dieses Schild. Und ich meine, die meisten Namen in Südamerika kommen ja aus Spanien. Ähm... Ich weiß noch nicht, wie die Munisipidaz hier heißen. Mancher Andalusien, Extremdura... Okay, Duracell. Verstehe. Snidao Malgurie. Saragossa. El Sonesse da. Können aber auch Stiele oder halt sowas sein. Wartet, wir finden es leicht raus. Die Sonne ist im Norden. Das heißt, wir sind im Süden. Ja, dann würde ich sagen, sind wir irgendwo hier. Wir sind sogar relativ stark im Süden. San Sebastián. Wie heißt die Region hier? Feuerland oder so, nicht? Äh, da. Eisen und Schilena. Okay. Und die hier von dir heißt... Santa Cruz. Okay, passt nicht so ganz, aber ich glaube, Mendoza. Da steht irgendwie kein Land drauf. Kann das sein? Die 220. Hier ist die 260. Hier ist die 257. Aber die Schilder passen hier dazu. Die 40. Okay. Passt schon, glaube ich, gar nicht schlecht, die Ecke. Wenn wir jetzt nur 220 hier finden an der 40, dann wären wir, glaube ich, da. 40, 40, 40, 40, aber ich sehe keine 220. Sind wir schon echt weit weg? 259. Okay, vielleicht sind wir auch doch ganz woanders. 231, 40, 42, 40, 40, hier sind nur noch 144. Da ist noch eine 100 irgendwas. Malgurie. Da ist es. Das habe ich gelesen. Okay, dann sind wir irgendwo in der Ecke hier. El Senado. Ja, da ist es. Okay, hier sind wir. El Senado liegt von uns aus nördlich. Und die 100 oder sowas geht bei uns ab. Wahrscheinlich die 145. Die 6 und so, das werden sie nicht sein. Hier ist nochmal, das ist schon Senado. Nach Osten sogar führt das eher. Das heißt, wir sind vielleicht hier. 226. Das könnte 226 da heißen. Unsere Straße geht West-Ost. Ah. Kommt nicht ganz hundertprozentig hin. Und wir hätten Fluss. Sehe jetzt keinen Fluss direkt. Gucken nochmal, die steht den Namen hier. Okay, wir sind dichter in El Senado, als ich denke, glaube ich. Das geht nach Norden weg. Sikion. Okay, Sikion. Sikion. Ne, dazwischen sind wir, kann das sein. Bei uns geht ja nach West-Ost. Sind wir vielleicht hier? So. Das sieht doch irgendwie passend aus. San Rafael. Und das geht jetzt nach Osten weg. Norden, Osten. Eigentlich müssen wir auf einer Straße sein, die hier östlich ran führt. Okay. Aber hier gibt es wirklich nur diese kleinen Dinger. Das wird es nicht sein. Wo ist denn Sikion? Wenn wir das eingrenzen könnten, wäre das die halbe Miete, glaube ich. Oder Gendamerikanak. Vor allem das Ü hier drin, nicht? Malagüe. Sehr ungewöhnlich. San Carlos. San Martin. Mendoza. Santa Rosa. Hm. Gibt es hier noch mehr Schilder? Können wir es aus irgendeiner anderen Perspektive besser lesen? Wahrscheinlich nicht. Aber hier steht doch definitiv 40. Also wir müssen auf der 40 sein. Region Kuyo. Mendoza. Kuyo. Kuyo. Da oben ist Kuyo. Und wir sind auf der 40 West-Ost. Das gibt es nicht. Die einzige Stelle, wo die 40 West-Ost ist, ist hier. Vielleicht sind wir hier. Die Frage ist halt, wo auf dem Schild sind wir? Irgendwas dem Mario sehe ich noch. Regio Mendoza. Das ist klar. Okay, wir müssen noch ein bisschen fahren. Die Hinweise sind okay, aber nicht gut genug. Ja, ich glaube, das hier, hier fahren wir, das ist das hier, nicht? Das ist die Stelle, definitiv. Wir stehen hier. Da brauche ich gar nicht jetzt weiter großartig gucken, glaube ich. Bienvenue du a San Rafael. San Rafael, ja. Okay. Boah, die Berge im Hintergrund. Direkt mal einfach Alpen. Alpen durchgespielt. Aber warum geht El Sionado hier nach Norden? Das verwirrt mich ein bisschen. Und Zekion müsste dann ja auch irgendwo hier sichtbar sein. Ich meine, es gibt halt mehrere so eine Ecken, nicht? Muss ich ein bisschen aufpassen. Hier wäre die 143. 25 De Mario. Das heißt so. Es heißt 25 De Mario oder Werte ich weiß nicht, Cotorso Zinkos keine Ahnung, Quintos Quintos Zinkos De Mario. Aber GAN Amerika sehe ich nicht. Gandameria. Gandameria. In City of Wolken geboren. Irgendwie so auf Träumen geboren, nicht? Paterios Bada Blanca. Es ist so einfach. Ich glaube, ich muss einfach nur einloggen und ich traue mich einfach nicht. So, ist das ein Fluss? Rio Atul. Okay, das sollte helfen. Rio Atul. Okay. Das heißt aber, wir sind hier. Auf diesem Stück. Hier sind wir. Wow. Okay, das wäre beinahe schief gegangen. Deswegen gibt es hier auch die Auffahrt nach da nicht. Die habe ich die ganze Zeit gesucht. Okay. Wir sind in der Kurve vor der Straße. Wir sehen die Straße schon. Wie viel Meter sind das? Da? Bango Bongo? 16 Meter. Finde ich okay. Kann ich mit leben. Wir haben es gefunden. Mendoza besiegt. Wo wohnst du so? Ja, ich wohne am 25. Mai. Ja. Nein, nein, wo du wohnst? Ja, 25. Mai. Nein, 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 wo? Hallo, darf gehen. Eine 5er Stream Serie. Prösterchen. Ach, wohnen wir nicht alle am 25. Mai. Oh, Radweg 4. Ach, Dänemark. Okay. Und das auf der 16. damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Vielmehr müssen wir gar nicht rumfahren, würde ich sagen. 24, da ist die 18, da ist Brande, Brande 12 nach Süden, wir sind bei Fasterholt, da ist Fasterholt, das ist drei Kilometer weg, also sind wir auf der oder der Straße und der Weg hier heißt Kling Hoi Wei und den gibt es natürlich nicht. Ich sehe den Festhoi Wei, den Anbohr Wei, den Pferder Wei, den Dorshün Wei, aber den Klingoi Wei sehe ich nicht. Hering Wei, hm, okay, also wir sind drei Kilometer hier, ah, die sind in die gleiche Richtung, warte mal, da müssen wir nördlich davon sein, Klinghoi Wei, okay, und wir sind Ecke, wie heißt der Weg hier, hey, da war ein Schild, wie dieser Weg heißt eigentlich, da, Flin, Flintstone, okay, einfach, Klinghoi Wei, und auf einmal, Flintstone, We are the Flintstones, dün, 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 alles klar, in Dänemark, ich glaube nicht, aber wir finden das vielleicht dadurch, der geht nach Osten und gegenüber Melmond Way Okay, also dürften wir hier stehen, wenn nicht noch ein Melmond Way hier ist, ne, einloggen, okay, ich hätte nicht dichter ranzoomen sollen, 13 Meter, ist okay, kann ich mit Lehm, Dänemark, ganz schnell besiegt, und ab in Runde Nummer 3, hoffentlich was schwierigeres jetzt, Oh ne, Amerika, oder Kanada, aber eher Amerika, oder? Totekarvisch, Kanada, okay, Koop, ja, das sollte jetzt nicht so schwer werden, wir sind auch noch auf dem Highway, Stigney McDonald Avenue klingt, klingt nach der Ecke hier unten irgendwo, und auf einmal ist es Südafrika, ja, aber dann wäre ja Linksverkehr, äh, nein, ich möchte gern auf diesem Weg bleiben, wenn es geht, vielen Dank, ja, und vielleicht sehen wir auf der anderen Seite ein sinnvolleres Schild, ja, dadurch, dass hier gebaut wird, fehlen die Schilder noch, Ah, hier, da sind sie vielleicht da, Downtown, ja, wir sind also in irgendeiner größeren Stadt, Advanced Auto Buy and Glasses, mhm, mhm, Papa John's, haben wir auch, habe ich noch nie gegessen, weil irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nicht von diesen Ketten so überzeugt, wobei ich von Einzelrestaurants auch nicht überzeugt bin, davon abgesehen, okay, Straßennamen haben wir, aber ich glaube, wenn wir den, wenn wir die Stadt wüssten, dann könnten wir auch den ganzen Rest einfach ganz leicht herausfinden, weil so ein Überweg an der Autobahn, der war ja doch schon sehr mächtig und wir sind auf der 1, A und an der Ecke 10, Manitoba, okay, Manitoba ist das ganze Ding hier, ne, ich, das Ding ist Manitoba, wartet, wo geht denn der los, hier, das hier, Manitoba, dann sind wir in Winnipeg, ja, woanders können wir ja gar nicht sein, oder, hier ist die 1, haben die auch eine 10, die haben die 3, oder gibt es noch andere größere Städte, Brandon vielleicht oder sowas, da ist auch die 10, dann sind wir im Brandon und dann stehen wir wahrscheinlich genau hier auf einer der Seiten, ja, hier sind die Einkaufszentren und jetzt ist nun die Frage, auf welcher Seite standen wir, das Ding ist im Norden, also, wir sind jetzt hier, das heißt, wir starten irgendwo dort vielleicht, wir starten vor dem Ice Cream Shop, ähm, den sehe ich nicht, na, ist blöd, dass hier gebaut wird, an der Tankstelle Coop, es gibt nur noch eine Shell, dann würde ich sagen, starten wir hier, hier ist auch der getrennte Weg, würde sagen, wir stehen hier, aber die Tankstelle ist direkt dahinter, ja, gut, und sie ist nörd, äh, westlich, sie ist hier, sie passt nicht, von der Ausrichtung, Coop Gaspar, dann stehen wir hier, warte mal, warte mal, warte mal, aber die Überfahrt ist doch nach, nach Süden, dann sind wir hier rübergefahren, hier ist Papa Johns, okay, hier sind wir rübergefahren, okay, ich dachte, wir sind über den Fluss gefahren, aber sind wir denn gar nicht, alle klar, äh, Hilton Avenue, wollen wir das nochmal gegenchecken, ich würde sagen, ja, oder? Was hier nicht so leicht wird, ähm, vielleicht da drüben, alte Bilder, hier, Hilton Parker Avenue, Hilton, 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 Bangebongo, 3 Meter, 62, damit haben wir das Ergebnis, 18.000 wunderbare, klare Punkte geholt, wir waren in Argentinien, 12 Minuten, 2 Minuten, 52, Dänemark, 4 Minuten, 57, Kanada, und, ja, ich glaube, das ist doch wesentlich besser so, vielleicht machen wir 4, das nächste Mal, okay, wir sehen uns zur nächsten Aufnahme, ich überlege mir was, bis dann.